Hallöchen und herzlich willkommen zu diesem Infovideo. Ja, heute kann leider kein Assassin's Creed Video kommen, weil nämlich ich mit einem alten Bekannten ein neues Projekt gestartet habe. Und ja, dann habe ich keine Zeit mehr, das Assassin's Creed Video hochzuladen. Und ja, ich hoffe ihr versteht es, morgen kommt dann das neue Projekt und bis dann, tschüss Leute.